Herzlich Willkommen zu Michael Owens World League Soccer 99. So, nicht in Deutschland erschienen. Genau, spiele alle Playstation-Spiele an, die in Europa erschienen sind. In Deutschland ist es nicht erschienen. Maniac meinte, wäre nur in England erschienen. Du hast aber hier eine Sprachauswahl für... Fängt er an oder nicht? Für Italien und für Frankreich dabei. Also was das damit zu tun hat, keine Ahnung. Hat sich das Spiel aufgehangen oder was? Irgendwas. Ah, hier ist Skill-Devel. Ja, hab ich gar nichts. Äh, nix. Und ich war ein Kick-Off. Ja. Wat? Ist das gut? Skill-Devel. Äh, pff. Weiß ich, was, wie das genau gemeint ist? Grafisch, ist das ein schickes Ding. Bin grad echt begeistert. Von Eidos ist das? Okay. Ist mega schick. Hatte kein Pro Evolution Soccer und auch kein FIFA zu der Zeit drauf. Also, ich bin jetzt vollkommen verwirrt, aber ne. Und alle gucken freudig. Okay, okay. Es gibt immer Einzelne, die fallen so ein bisschen aus der Riege. Ähm, sehr gut. Ne, ne, nicht nochmal rum. Nicht nochmal rum. Das können wir uns grad nicht. Okay, L1 ist Rennen. Teckeln ist immer noch unfair. Weil, genau, wurde, äh, beschrieben. Oh, grafisch, cool. Wie das... Bessere Adidas Soccer, weil da waren ja in den letzten zwei Teile, zwei Teile, glaub ich, ne. War ein absoluter Müll. So richtiger Dreck. Mit, äh, äh, fehlerhafter KI und sonst was. Sieht mega gut aus. Ja. Und das soll das Verbesserte sein. Aber, ja, Teckeln und so. Die Grafik ist der Hammer. Guck mal auf die Schatten der Spieler und alles. Gefällt mir. Mhm, okay. Und hier Zuschauer, guck dir, das war ein Südvoll gut aus. Kein Ruckeln, kein gar nichts. Weißt du, wir haben so viel Rotz bekommen. Mhm. Jo, Teckeln ist X. Das ist halt englant, ne. Da fällt man... Also, da tut sich weh, wenn man umfällt. Wir haben wirklich das Momentum jetzt. Uuuuh. Und das ist ein guter Effekt von Ihren Riefel. Wir wollen ein bisschen zu... Zu ab. Wollen wir darüber durchgekommen zu sein? Nein. Okay. Hau ihn weg. So, schöner Pass. So, rennen, 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 rennen. Oh, habt ihr denn gesehen, wie ich den ausgespielt habe? Was ist das für eine Pfeife da? Was ist denn das für ein... Das sind Penz oder was? Das ist ein Mann von der Stiftung. Yes. Auch die... Ja, auch der Ball wieder sich bewegt. Also, ich bin... Das ist das Skill-Level, ne. Ich hab's bei mir offen nicht vorhanden eingestellt. Was... Was war denn das auch mit Skill-Level? Das war... Und der Gegner hat doch selbst was gelegt. Fremdnick. Ist er im Gefängnis, oder was? Rote Karte. Ja, es verdient. Guck nächstes Mal, was du machst. Derby-Count-Team. Das heißt, das Team. So, und dann machen wir mal... Eigentlich war's schon im Strafraum, wenn wir ja nicht sind. Hat es... Okay. Uff. Den hab ich aber dringend gesehen. Das hätt ich einfach passen sollen. Ja, na, dankeschön. Bam. Cool. Äh, ja. Ja, Teckel wird halt immer noch als umfällig. Auch schon schnell das Spiel und alles grafisch toll. Ich bin entzückt. Interessant, dass das nicht in Deutschland... Ich dachte, von hinten kann er mir nix. Ball gespielt. Äh... Vor allem das. Jo. Was war denn das? Skill-Devil vergessen, oder was? Warte mal, warte mal. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. So, vor allem das Skill-Devil hier. Start-Game. Rechter werden wir in der Halbzeit, aber das ist halt total merkwürdig. Sieht aus, als hätte ich irgendwie... Okay. Sieht aus, als könnte ich gar nix machen gegen ihn. Uh, okay. Jo. Ja, klingel, ja. Sehr schön. So, sehen wir auch mal einen Einwurf. Ja, sehr cool. Das dachte ich mir schon fast. Oh, Schiedsrichter weggefallen. Uh. Was war denn das für ein kurzer Pass schon wieder? Was ist denn das für... Was sind das für Pässe? Uh. Yes. So schmeckt der Kaffee. Guckt euch den an. Ah, 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 sehr gut. Da war das erste Bier anscheinend weg. Äh, neun, ja, wer, keine Ahnung. Sehr schön. Maiano, restarting the game. What a good ball too. Daily. Nice move. Uh. Okay, Skill-Level hat anscheinend wirklich irgendwas ausgemacht. There are markers in the way. Könnt mich selbst also als ganz schlecht einstellen. Das ist auch nicht schlecht. Also, ja, doch. Aha. Komm, komm, lauf, lauf. Ah, schade, ey. Bäm. Bäm. Schade. Oh, Foul. Habt ihr gesehen? Da hat ein Foul. Also, sind vorne Dinger reingegangen, wo ich mir dachte, ey, das kann einfach nicht sein. Und der, der hätte jetzt eigentlich wirklich reingehen müssen. Und genau der geht nicht rein, okay? Jo, okay. Ball gespielt. Schweinebande. Ja, ähm. Däumchen, ne. Ungünstig. Äußerst ungünstig. Ich bin, also, Grafik-Engine und alles und wie, wie sauber das läuft, ist wirklich Wahnsinn. So, könnt ihr mir was von hier? Jo, natürlich. Nimm ihn doch verdammt nochmal. Was ist da los hier? So. Wird mir angezeigt, wo das Tor ist? Uuuuuh. Ah. Ja, war mehr die Paule in die Gefielte. Als. Ja, okay. So, so, so. Ja, lauf, 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 lauf. Sehr schön. Ja, passen ist. Das war kein Foul, oder was? Schweine. Komm, komm. Jo, sehr schön. Oh, gefällt mir. Schön ausbalancieren. Muss ich natürlich ein bisschen einspielen und alles, aber... Aber leicht, leicht ranzukommen, ne? Als. Als. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Geklärt. Ich weiß auch nicht. Komm, 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 komm. Ja, da hab ich den Angst gemacht, hab ich den Angst, hab ich den gemacht. So. Oh, hast du den gesehen? Das, das war weit. Ja. Ich hab erst mal gewartet auf ihn. Damit ich ihn umholzen kann. Ja. Den hab ich zurückgegeben. Das wär unfair, ich den genau. Sehr schön. Renn, renne, 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 renne. Warum kannst du denn keinen Laufpass machen? Ah, Dreieck, okay. Interessant. Das bringt halt so überhaupt... Jo. Nimm ihn doch, verdammte. Für was? Wie er in die Kamera guckt. Du warst es. Du warst es. Sind er nicht. Wollen wir mal was zu sagen? Brauchen wir ihn, glaube ich, nicht, ne? Was ist denn das? Ich kann auch nicht rangehen, weil dann passt er sofort weiter. Wie? Warum war das in der Ecke? Aha. Keine Ecke, oder was? Hätte ich da bestimmt noch berührt. Ähm. Was soll ich mal was? Das ist er doch. So. Schade. Wie wechsel ich den Spieler jetzt nochmal nebenbei? Weil das machen die ziemlich gut selber. Aber jetzt wäre er ganz cool gewesen, so ein Wechsel. Da haben wir... Ja, das war aber ein weiterer Abstoß. Das seht ihr auch nicht in dem Video über das Spiel, ne? Ich wette sogar, ich bin der Einzige, bei dem das zu sehen ist auf YouTube bisher. Ich könnte euch mit dem Film war bedanken. Ach, Mann. Komm, komm, komm. Bam. Dann hätte ich es auch so gehabt, aber... So. Warum nimmt er den nicht? Das ist ein guter Mann. Hier müsste... Vielleicht müsste Buster-Name sein. Scheiße. So, ich würde aber sagen, mir reicht das langsam. Also, ich meine, ist ganz cool. Ich kann mich halt mit den Mannschaften jetzt gar nicht identifizieren. Ja, ich würde sagen, halbzeit von der Idee her, um das mal gesehen zu haben, sollte das Ganze ausreichen, 14 Minuten. Tatsächlich macht das eine Menge, Menge Spaß. Bist du fertig mit Quatschen? Macht eine Menge, Menge Spaß und, ja, kann man spielen. Grafik ist geil, Bewegung ganz gut. So ein bisschen mit den Tacklen und mit dem Rennen, wie du dann rankommst. Vielleicht aber auch einfach, ne? Erstes Spiel, keine Ahnung. Ja, aber eigentlich, ziemlich solider Eindruck. Wenn es euch gefallen hat, super gerne, Daumen nach oben spielen. Alle Playstation-Spiele, die in Europa erschienen sind, so gut wie es geht, chronologisch an. Bis dann.